Und jetzt, Allah Ta'ala, er spricht weiter und er sagt, فَمَنْ شَهِدْ Ich komme heute nicht weiter, aber jedes Wort, subhanallah, hat so viele wichtige Bedeutungen und Hinweise. فَمَنْ شَهِدْ Wer von euch, hier wird es so übersetzt von Frank Bubenheim, wer also von euch während dieses Monats anwesend ist. Das ist das Problem bei Übersetzungen. Bei Übersetzungen kann ich häufig immer nur eine bestimmte Bedeutung in die jeweilige andere Sprache übertragen. Aber Schahide, wie die Koran-Exegeten sagen, hat zwei grundlegende Bedeutungen. Einmal anwesend sein, so wie es hier übersetzt wurde, von Manhadara, das heißt, wenn ich Ramadan erleben sollte, dann muss ich fasten. Was ist aber die zweite Bedeutung von Schahide? Die zweite Bedeutung von Schahide ist? Ja, aber jetzt ganz konkret, die Bedeutung im Arabischen ist? Nein, das ist Schahide. Schahide ist Alima. Wer weiß? Schahide ist bei den Augenbezeugen. Schahide ist, dass ich weiß. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sehr interessant, das schreibt Tahir Ibn Ashur in seinem Tafsir, Tahriru Tamnir. Er sagt sozusagen, diese zwei Bedeutungen und Schahide ist dann das für das Auge. Warum ist das so wichtig? Gerade wenn es um die Frage des Ramadanbeginns und das Ramadanende geht, gibt es ja immer wieder diese Diskussionen. Und ich werde jetzt gar nicht ausführlich darauf eingehen, weil wir das schon oft gemacht haben. Wir haben auch schon mittlerweile Vorträge im Internet, die man sich diesbezüglich anhören kann. Aber ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass Allah Ta'ala hier von was spricht? Entweder anwesend sein oder wissen, dass der Monat eingetreten ist. Was ist denn überhaupt die Bedeutung von Schahr im Arabischen? Schahr kommt von Schahra, Meshur. Was heißt Meshur? Etwas, was bekannt ist. Schahr kommt von was? Meshur, bekannt sein. Also ein klares Zeichen dafür, dass etwas begonnen hat, ein neuer Abschnitt begonnen hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat für uns extra diese Mondmonate ausgesucht, weil es einfacher ist sozusagen, dass wir uns nach ihnen richten, weil es ein klares Zeichen gibt, nämlich den Mond. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie weiß ich, dass der Monat begonnen hat? Und die klassische Methode, die uns der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in seiner Zeit beigebracht hatte, weil es die einfachste Methode war, und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam es seiner Gemeinschaft nicht erschweren wollte, ist was? Das ist, dass ich einfach den neuen Mond, den Hilal, es ist ja nicht wirklich der neue Mond, es ist sozusagen schon eine fortgeschrittenere Phase, aber den Hilal sozusagen, den ersten Mond, den ich mit den Augen bezeugen kann, als Zeichen nehme dafür, dass ich weiß, dass der Monat begonnen hat. Und deswegen sagt der sallallahu alaihi wa sallam, ja, wer ihn von euch seht, wenn ihr ihn seht, dann fastet, und wenn ihr ihn seht, dann berechtet euer Fasten. Und wenn ihr ihn nicht sehen könnt, dann gibt es andere Methoden, entweder berechne ich, wenn ich berechnen kann, ja, faqdurullahu, oder ich schöpfe das dann ab, indem ich dann sage, okay, der Monat ist automatisch 30 Tage, oder der Monat ist 29 Tage, wie es einige Gelehrte gesagt haben. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das begründet, warum das mit dem Auge geschehen soll. In dem er nämlich sagte, wir sind eine Ummah, wir sind eine analfabetische Gemeinschaft. Wir können weder schreiben noch lesen, die meisten von uns. Er beschreibt den Zustand seiner damaligen Zeit. Der Monat ist so lang, also 30 Tage, oder so lang, also 29 Tage. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat es damals den Arabern, viele von denen, die hatten noch kein Internet gehabt, noch kein Telefon gehabt. Wenn sie irgendwo in der Wüste waren, hätten sie dann selbst rechnen können? Natürlich nicht. Also hat er es ihnen leicht gemacht. Aber er hat gleichzeitig einen Hinweis darauf gegeben, dass man auch rechnen kann, wie in dieser einen Überlieferung. Und der Koran, er zeigt uns auf, es geht um das Wissen. Ich muss wissen, wann er beginnt. Und da ist es eigentlich völlig egal, ob ich das mit dem bloßen Auge mache, oder ob ich vielleicht noch genauere Methoden habe, mit denen ich den Beginn dieses Monats festlegen kann, nämlich der Berechnung an sich, welche Allah subhanahu wa ta'ala auch im Koran in Bezug auf die Himmelsgestöhne angesprochen hat, in dem er nämlich sagte, Die Sonne und der Mond sind nach einer klaren und deutlichen Berechnung. An anderer Stelle sagt Allah ta'ala, damit ihr die Anzahl der Jahre kennt, und auch die Berechnung. Das heißt, Allah ta'ala, er spricht darüber im Koran, dass das dazu da ist, damit wir rechnen können. Und dementsprechend, wenn die Wissenschaft so weit ist, dass man das bis auf die Millisekunde genau berechnen kann, dann dürfte dem eigentlich nichts dagegen sprechen. Und deswegen gibt es sehr viele, nicht nur zeitgenössische Gelehrte, sondern auch viele frühere Gelehrte aus der ersten Generation, welche der Ansicht gewesen waren, dass wenn die Muslime die Fähigkeit besitzen, die jeweiligen Mondphasen genau zu berechnen, dass dies nicht nur zulässig ist, sondern dass sie das sogar eher tun sollten, als zu sichten. Warum? Weil am Ende geht es worum? Dass ich weiß, wann der Monat beginnt. Und es geht nicht darum, dass ich unbedingt das mit bloßem Auge sichte, sondern es geht darum, ich muss wissen, wann der Monat begonnen hat. Und ich schließe dieses Thema ab, wenn ihr nach und zu noch Fragen habt, nachher könnt ihr gerne Fragen stellen, inschallah ta'ala, mit einem ganz einfachen Vergleich. Und zwar, wenn es um das Gebet geht, und das hat eine Schwester letzte Woche schon gesagt gehabt, da haben die wenigsten Muslime, eigentlich, ich kenne eigentlich niemanden, der das anders macht, haben eigentlich die wenigsten Muslime ein Problem damit, nach der Berechnung zu gehen. Wir haben alle Gebetskalender, oder? Oder gibt es jemanden, oder eine Gebets-App? Ja? Oder gibt es jemanden, der immer auf den Sonnenstand ganz genau schaut? Was ist, wenn es bewölkt ist? Was machen wir dann? Dann haben wir ein Problem. Das heißt, es gehen eigentlich alle, ich sag mal 99,9 Prozent der Muslime heutzutage gehen, was? Gehen nach? Einem Gebetskalender. Und wir alle wissen, wie viele unterschiedliche Gebetskalender es gibt, gerade wenn es um das Fajr-Gebet geht, oder wenn es um was geht? Um das Isha-Gebet. Man hat teilweise Unterschiede, bis zu anderthalb, zwei Stunden. Aber das ist kein Problem. Obwohl das Gebet, subhanallah, laut dem Koran, an eine klare Zeit gebunden ist. Inna salat kanat al mu'minine kitabin ma'ukuta. Das Gebet ist für die Gläubigen ein Buch zur festgeschriebenen Zeit. Und der Prophet zu Hause hat mit Jibril gemeinsam, ihr kennt die Überlieferung, ja? Wo Jibril zu ihm kam und ihm beigebracht hat, wann die jeweiligen Gebetszeiten sind. Und es ging immer nach dem was? Nach dem Sonnenstand. Komisch, dass da niemand laut aufschreit und sagt, das ist eine Bidda. Auzubillah, wie könnt ihr so etwas machen? Aber subhanallah, wenn es darum geht, da ist der Aufschrei groß. Obwohl wir sogar jeden einzelnen Fastentag nach was beginnen und nach was beenden? Nach ebenfalls den Gebetszeiten. Also der Aufschrei ist nur wann groß? Nur wenn es um diesen ersten Tag und den letzten Tag geht. Abschließend möchte ich dazu sagen, weil das ist ganz, ganz wichtig, und das sage ich jedes Jahr, aber es ist wichtig. Ihr werdet in den nächsten Tagen wieder den Kampf der Sterne erleben. Oder der Mondsichtung, der Mondsicheln. Im Internet wird es lange Diskussionen geben. Meine lieben Geschwister, ich möchte, dass ihr, inshaAllah, jeder einzelne von euch ein Friedenstifter ist. Das heißt, keiner, der hier sitzt, sollte ein Spalter sein. Die anderen, die nach der Sichtung gehen, die machen das ja nicht, weil sie irgendwie was Schlechtes wollen. Sie sagen auch, wir wollen das richtig machen. Jeder will es im Grunde genommen richtig machen. Am Ende sollten wir nach der Mehrheit gehen und die Mehrheit in Deutschland geht nun mal nach der Berechnung. Aber unabhängig davon, es wird wieder Diskussionen geben. Und eure Aufgabe, liebe Geschwister, ist es ganz wichtig, im Internet, in den verschiedenen sozialen Netzwerken dafür zu sorgen, dass die Leute sich in gewisser Weise entschuldigen gegenseitig, wenn sie andere Meinung haben, versuchen, einen gemeinsamen Nenner zu finden und nicht sich spalten und bekämpfen und beschimpfen und dass man kein richtiger Muslim ist, dass man nicht versteht, dass man bitte abgeht und so weiter. und so fort. Unsere Aufgabe ist es also was? Für die Einheit zu sorgen und nicht für die Spaltung. Und wenn es Leute gibt, die eine andere Meinung festhalten, dann entschuldigen die das und wünschen ihnen einen glücklichen und schönen Ramadan und einen gesegneten Ramadan und sagen, guck mal, Bruder, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, möge Allah Ta'ala uns alle segnen in unserem Fasten. Das sollte unsere Aufgabe sein, Inshallah Ta'ala. Und wer mehr zu diesem Thema finden möchte, es gibt eine super Abhandlung, geschrieben, über 70 Seiten meines Wissens von unserem Bruder Mohamed Juhari, der hat es auf Munanjo, heißt das glaube ich, was? Munayo, Munayo.de ist ein Blog, da findet man das sehr ausführlich. Es gibt auch mehrere Videos, ein Video auch von diesem Unterricht hier, wo wir ausführlich darüber gesprochen haben und andere Videos, wo man sich ausführlich mit diesem Thema Inshallah Ta'ala beschäftigen kann. Inshallah Ta'ala nachdem. Und wo man sich ausführlich